Sag mal hallo. Fickt euch. Direkt abschalten. Mach mal du, du Bot. Kapper. Sag der Richtige, der PS4-Spieler ist. Ja, er ist ein PC-Spieler. Deswegen kommt jetzt ein PC-Lobbys. Kein Bock. Echt, null. Das sag ich immer jeden Tag zu dir. Null. Wenn ich einfach gucke, es guckt schon Hanna oder so zu. Ja, Fortnite-Girl. Fortnite-Girl ist Hanna. Haha, lol. Hanna, komm noch mal an. Okay, sie kommt on. Du weißt aber was das heißt, ne? Was? Du weißt aber was das heißt, ne? Nö. Spaß. Machst du das denn wirklich? Was? Machst du das wirklich? Gut. Das kann gewaltig sein. Ach, scheiße. Ich bin von meinem Stuhl runtergefallen. Äh, ja, will Hanna, wenn du willst, kannst du ankommen. Wenn du willst. Auf einmal zucht ich gerade Minecraft. Kannst du mir vorstellen. Lass du Ulti. Lass du Ulti. Lass du Ulti. Lass du Ulti. Ja, ja. Ich geh hier hin. Kamera aus, du Wichser. Ja, er hat Tourette-Körper. Er tut aber immer so auf einen, Digga. Er nennt auch, er wäre der coolste mit Renegade, aber spielt ihr nie, weil der Skinchanger ist. Genau wie deine verfickte Schwarzheit. Du bist eigentlich weiß, aber du bist eigentlich schwarz. Nichts gegen euch Negers draußen. Seine Mutter. Ich mag Negers, wenn sie keine Rassisten sind. Ah. Das hab ich gesagt. Das kattest du aus dein Livestream raus. Wie, soll ich kacken, wenn's live ist? Natürlich. Du sollst kacken, wenn's live ist, Digga. Ich soll kacken, ah ja. Ah ja. Wie soll kacken, wenn ich... Oh mein Gott, sie mobbt mich, so traurig. Deine Mutter auch. Ist auch traurig. Hey, ich mach clickbait mit seinen Videos davor, weil sie mobbt mich wie traurig. Das wollte aber, dass wir das machen. Da warst du gar nicht dabei, aber okay. Doch, das letzte Video. Sie mobbt mich zu 2. Da haben wir schon Männer von du gezockt. Nein. Ficken. Ich hab mir verfickt ne Revolver. Ja. Ja. Hanna ist on, okay. Ja, du bist mir auch scheißegal, also wie du dumm aussiehst, Digga. Gut, Jerry Digga. Gut, Jerry Digga. Gut, Jerry Digga. Gut, Jerry Digga. Moin. Cool. Cool. G-H-O-U-L. Jerry hat mich gekillt. Er sagt so gut. Lul. 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 Immer meine Karte. Mein Vater. Ah. Entschuldigung, ich bin Nazi. Ben macht's schon mal. Ah, fick dich. Nazi. Bleib auf dem Haus, du Wichser. Was ist los? Digga, ich bin los. Wo ist der? Ja. Leg uns von hier auf dem Haus. Tschüss. Ich komme raus. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Mit ner Pistole. Er hat Aimbot. Melden. Warte, Gott. Spieler melden. Belästigung. Hat mich oder jemand einen bedroht. Faceheim. Stream. Stream. Snipe. Snoop. Sniping. Meldung senden. Weil wir gesendet sind. Spielermeldung erhalten. Wir gehen nach der Sache nach. Streams nennt mich so hart, Digga. Digga. Wie ist abfuckt? Genauso hatten wir alle geboten. Junge, jetzt so Hanna Streams nennt mich. Kann sie probieren. Hanna, wenn du das machst, ne? Hanna, also recht schau, musst du noch lernen. Lernen. Ich bin fast Trinner. Trinner. Wahrscheinlich Trinner. Trinner, oder? Wahrscheinlich. Kann scheiß Videos nennen. Ich bin kein Fan von dir, weil du scheiße bist. Oh tschüss. Noch ein, zwei Runden machen wir. Ja, der männliche Fixer. Ich hab auch Renegade. Guck, ich hab auch ein Renegade. Guck, ich hab auch ein Renegade. Guck, ich hab auch ein Renegade. Guck, jetzt machen wir mal das Schwarze. Ich mein, meiner ist kein Nigger, der hat halt geskinchanged. Aufsache, ich dachte, ich hätte nur runter, um zu flexen. Für mich funktioniert dann nicht mal ingame. Der sieht dann wie bei dir viel ingame wie bei mir aus. Hast du auch artiger Assisinin? Was? Hast du auch artiger Assisinin? Nein, ich war mit der Name auf dem Dem. Ja, fehlt dir noch mal Scheiße, Digga. Das ist ein Schwitzers im Namen nicht. Ach, doch. Ach, Digga. Ich war bei dem Anlass in der Dynamo will ich auch haben, Digga. Diese Wrestlerinnen. Guck mal, ich atme kurz mein ganzes Kokain. Moin Sehn. Kokain. Kokain. Kokain und Co. Ey, guck mal uns ne Runde zu im Stream, Hanna. Mach das nicht fast, oder? Hast du geliked, Hanna? Ja, ich guck ja... Ich mach jetzt liken, aber ich guck den Stream, ja. Mach doch. F*** Gott. Kamera aus, du Bixer. Halt zum Maul, Alter. Leute, jeder muss bei dir. Riken-Export bei mir. Ficken. Ne. Lügen an, Lügen an. Lügen an. Lügen an. War das aber schon Riken-Export? Habt mich verlassen. Ich hör schon, es wird schon. Ich hab kein Bock auf Riken-Export, Digga. Ja. Ja, um hab zu verlassen. Weil ich kämp' auch auf den Riken-Export ab. Ich hab hier noch für dich gekleppt, Digga. Copy. Mappi. Mappi. Ich hab's ja noch wegen Export gekleppt. Wahrscheinlich, wenn du den Akkord gekauft. Ich hab schon wieder ordentlich gekleppt. Was soll denn F***er? Wir sollen jetzt spielen? Hitler. Teams. Ich geh' in Minecraft. Schau. Sauce. Ah. Aua. Such einfach Trios. Arena. Haaa. Wenn ich nur einen Punkt wegen sie verliere, schlage ich dich im echten Leben zusammen. Das wird's wirklich machen. 2.000. Okay, Leute, wir spielen jetzt noch die eine Runde Arena und dann mache ich Stream aus, Digga. Wegen diesem Wichse hier, auf dem ich grade Profil bin, der f*** mich ab. Oder die. Einen von beiden. Der Vater. Ihr seht den Namen da eingeblendet. Diesen Wichshuchen. F*** F***er. Du hast Facey angeblendet oder was? Mein Leben warmer. Es wird auf jeden Fall nicht den hier, aber den hier. Wir beide. Guck mal. Das ist ein Mädchen. Ne, wir sind beide Mädchen. Na, was willst du dann? Eine Schwuchtung? Ja. Facey, soll ich euch sagen? Hm. Ich denke, es ist so hässlich, dass dadurch Pferde schon geht. Ah, ja. Oh, Kokain und Koks. Hä? Kokain und Koks? Der hat mich nur komplett behindert. Meinst du deine Mutter und dein Vater, oder was? Ah. Ja, okay. Ich meine Freunde, die sind wie Kokain und Koks. Die beiden zählen. Das ist einfach zu glauben. Ich bin beide scheiße. Äh, dicker, dicker, dicker. Scheiße fängt aber nicht mehr an. Er steht für Finken. Für Unterhose. Ausziehen. Ha. Okay. Meinst du deine Mutter auch? Guck mal, das war Hannah früher. Das war Hannah früher. Könnt ihr mal bei Finken? Ein nächstes Gebets, oder was? Ja. Ich geh das mal an. Fortnite-Charakter können alles. Ich schwör auf, mein Leben, die können alles. Außer Finken. Nein, das ist doch. Oh mein Gott, ja. Okay. Ist schon sehr schnell gewesen. Nein. Okay, geh mal ins Wasser rein. Guck mal, was da passiert. Ich kacke. Nein, Fortnite-Karte. Da können auch nicht aufs Klo gehen. Was? Soll ich auf einen Stein gehen? Das ist mein Stein. Oh mein Gott, stell dir eine Schusspistole. Nice. Stein, Klos, Pistole. Dein Kind. Stein, Kloss. Pistole. Lole. Oh mein Gott, voll River afectues! HALT, Ter�! Hab einen. Das ist meine MP, übrigens. Digga, ich hab einfach ein Milchsch ejercen mit dem Stein Schuss gegeben. Steinschuss. Oh mein Gott, er hat einen Big Pot. HALT, bei mir ist jemand. Und ich bin, low. Oh mein Gott, wenn du stirbst. ich habe schon ein ja wir haben alle ein wir hätten wir zusammen ob hält warum ich hatte zwei angezeigt obwohl wir alle ein haben der typ ist so gelästert hat 80er hat 18er headshot ja ich muss gelästert hat einer stieg ja die ganze zu verpflichten machen ja die gar alle wichser gehen auf mich aber ich habe noch ein 20 ich habe ich nicht habe auch für nichts moniker ich meine ich meine sie dkb ist einfach wie meist auch danke so kriegt egal ich habe ich habe ich habe ich habe ja 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 diese zwei schüsse ich platte kopf ich habe auch zwei ich hab sogar kuchen ich sehe da jemand da hinten da ist jemand kommt leider kein witz weichen nach scheiß stein schuft gestorben habe ich habe zu viel wasser gerade reingezogen aua da müssen sie mal bei kokain aber nun das wasser hier im haus in drei leute Hier hier beim Haus. Im Haus, ja. Hier im. Hanna, bei uns. Was ist denn da? Oh mein Gott, er ist slow, er ist slow. Ja, 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 jetzt komm, 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 komm. Okay, Digga. Hihi, hihi, hihi. Einer hat einen 50er. Einer hat einen 50er. Aber gib mir mal bitte jemand Hilfe. Ein Ben. Hab einen. Ich hab alle sechs. Sechs Kills, aua. Hat wer ein paar Muni? Ich hab gar nichts. Doch, ich hab 20. Komm her. Hast du einen P-Muni? Ich mach die zwei Kills. Das ist meine. Doch. Ich nehm mal Mac-Kills mit. Wie viele Kills habt ihr? Oh mein Gott, das ist doch geil. Ich hab zwei Kills. Wo? Ich hab sechs. Oh, ich wollte Sniper mitnehmen. Aber, ist egal. Wir haben neun Kids zusammen, Digga. Ich bin grade so krass. Obwohl... Ich hab einen. Schon lang keinen Säckler Raum mehr geholt, weil ich nur noch Katie zocke. Wir sollten Hannah mal ein paar Minis suchen. Äh, ich hatte grad welche, aber ich hatte. Ist okay, ist okay. Ja, ist okay. Wir haben echt hier in Solty grad abgestaut. Easy war das. Sechs Kills in Solty ist doch easy. Ich dachte erst, dass wir eine Schallettidee haben. Jetzt hab ich ja 2800 Punkte. Jetzt hab ich 1791. Äh, 90. Im Gesamts habe ich wegen meiner Freunde schon so 7000 Punkte geflüchtet verloren. Ich bin jetzt... Welche Division bist du, M. Casey? Äh, fünf. Wie viel kommt's nach so ein, Spacey? 1791 bin halt runtergerutscht. Hast du nur 1000? Ich hab 1791. 191? Ich bin ja... Ich hab jetzt 1000. Du hast genau... 19,000. Auch, okay. Ja, 1.100, ne, ich hab... Ich hab 2.800 ganz genau, Digga. Ich hab 1.791. Ich glaub schon, der bessere Pflege-Karte, irgendwie. Hm. Ich hab jetzt schon... Ich hab noch Sachen so schlechter, noch ... Okay, sieh... Etwas mehr anzig. Aber... Du bist doch irgendeine... Du bist doch irgendeine... Wie viel Dich bist du Casey? Ich hab 780... Ne, 70 Punkte mehr, nur ein bisschen weniger. ich habe meine freunde mag mich immer diesen höhere season level als ich bruder ich bin acht ich bin 81 1791 1791 für mich schon einfach ist die sechs kürze der bombe ich dachte erst folgen ist richtig miese entscheidung aber sechs kürze und insgesamt neun das wir haben war schon fahrpunkte zusammen zeichnet zum 1 kc ich sehe niemand Wo? Okay, dann, gut. Hauptsache ergebriert. Mach das zum Gesterbenschwass. Wir brauchen grad jeden hier. Bei meinem PC nicht so scheiße würde ich einfach hoch. Da kommen aber noch welche angeflogen. Also, Achtung. Ja, ich weiß. Casey, ich bleib'n bisschen hinter dir, weil du hast mehr HP. Casey, hörst du mit der Pam? Ich lobe mit der Spitzhack, Digga. Weil ich gut bin. Sehr gut. Wo ist der? Keine Ahnung, ich seh, ich glaub' ich seh den. Ja, ich seh den. So, er hat nen Start. Ich hab halt keine HP. Hanna! Ich geh auf den Typen. Ich geh auf den Typen. Scheiße, ich hab keine HP mehr, gib mir mal jemand was. Der da ist los, der da ist los. Ich eben mal benutze es aber gerade schon. Ich glaub' ich hatte. Nein! Er hat Schildbreak. Der da. Ey, Digga, er war wild und hat sich Schild gegönnt. Finischen, 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 Finischen! Wegen Punkten. Ich hab' den da zu liefern, sie haben ihn abgeliefert, ja. Ich denke es ist... Jaaaa! Ich schuld' nur, Rainer! Komm, 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 komm! Hol' Hannas Karte, hol' Hannas Karte! Hol' Hannas Karte! Hol' Hannas Karte! Den hab' ich mir ein bisschen low gemacht, aber er ist wieder voll'n bisschen. Ich hab' den da zu liefern. Oh! Komm, Karte! Und hol' dann erst meine Karte und dann Hannas eine. Äh, der ist da unten, der ist da unten, ja. Jawohl! Oh! 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 Ich bin krasser als Ninja, Ronda! Hol' schnell meine Karte, hol' jetzt schnell meine Karte! Hol' ich meine Karte, hol' ich meine Karte! Er hat meine Karte, ich hab' noch 40 Sekunden, nur noch, Hannas. Hol' es mal schnell meine! Okay, 36! Digga, 9 kills, easy, Digga! Ey, aber... Ach, Digga! Wo hol'st du uns hoch und soll' die? Ja, ne? Ich hab' jetzt noch 50 Sekunden. Obwohl, doch, das ist schon wieder weg. Mus' ich aber ballen. Digga, ich bin bestes Spiel, aber Allah! Oder du nimmst... Warte? Nimm' ne Pants mitz und hol' es in Dasti! Nein, ich würde mir selbst behalten, ich nehme es einfach dann die... Digga, aber eher weg. Ja, warte, nimm' mir mal... Nimm' die... Nimm' mir die Technik, die Technik-Pump! Die Goldene! Ich kann mir kurz die Loppen! Ja, ja, das ist gut, gönn' dir das mal! Weil... Soll' ich die Pants mitnehmen? Ja, aber die Technik-Pump, die hinter diesen... Warte, geh' mal nach hinten! Hinter dir! Und dann bau' die Wand ab! Hinter dir die Wand ab! Da, die Taktische Sätze mitnehmen! Ein... Alles, Herr Digga! Ich war einfach gerade krasser als Ninja! Ach, du willst... Ach, du willst... Geh' doch nach Dasti! Da hab' ich nur noch vier Sekunden! Ich hab' trotzdem nur noch vier Sekunden! Nein, mach' nicht, mach' nicht! Mach' nicht! Mach' nicht! Nein, schieß' nicht! Schieß' nicht! Schieß' nicht! Ich hab' einfach ein bisschen noch Dasti! Ja! 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 Ja, wer mit auch da oben kommt, der oben kommt, ja? Ja, da oben kommt! Okay, hier bin ich spürt! Ja, das wird ein principles- gagli! War'n GG, Leute! War' ne gut Runde! Ja, ich weiß! Besser als meine Geburts-Zwege gelaufen! 100er headshots okay leute das war es mit dem videos hat gefallen wir sehen uns wieder